Untertitelung des ZDF, 2020 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 Daneben sieht man aber doch so manche dunkle Münze noch, diese Zeugtung von den Jahren, die sicher nicht die besten waren. Aber es ist so im Leben, es wird immer wieder Licht und Schatten geben. Nun hört aber ganz privat auf den von uns gut gemeinten Rat, zieht euch mit diesem euren Stück ins diese Kämmerchen zurück und macht für euch alleine nur einmal Bilanz eine Inventur. Und es wird sich dann ergeben, ihr habt, es ist ein erfülltes Leben. Und zum Schluss sage ich es ganz offen, lasst uns für die Zukunft hoffen, dass wir zum Verlängern dieser Lebensketten noch viele Münzen bringen hätten. Bei diesen Münzen hätten wir gerne, dass sie hell leuchten wie die Sterne. Das wünschen euch zum Geburtstagsfest wir und alle hier, eure Gäste.